Wenn du schlecht im Bett bist, bist du schlecht im Bett. Ja, wobei ich finde, es kommt auch total auf den Partner drauf an. Doch. Stell dir mal vor, du hast jetzt einen Mann, der schon wirklich im gestandenen Alter ist. Ein richtig erwachsener Mann, so 40 Jahre alt. Wenn er mit 40 immer noch nicht kapiert hat, wie man bummst. Okay, jetzt als Mann. Ich dachte jetzt als Frau. Und als Frau, finde ich, kann man auch viel lernen. Ja, die mögen das ja auch, der Frau das zu zeigen. Ich meine, eines der beliebtesten Sätze ist immer noch, oh, ich habe das noch nie gemacht. Kannst du mir das mal zeigen? Na klar, sagen die, komm her, Süße. Ich bin dein Lehrer, da geh mal auf die Knie, Mama.